Ein großes Thema heutzutage ist der Frontgrill des Fahrzeugs. Dieser wurde früher eher statisch gehalten. Heutzutage wird dieser über Klappenmechanismen oder Rollosysteme aktiv gestaltet. Ziel ist es, den Motor als Motorwärme zum Start des Fahrzeugs zu nutzen, wiederum den Fahrtwind mit geöffnetem Frontgrill zur Kühlung des Motors zu nutzen. Hier werden bereits erfolgreich unsere XIROS Kunststoffkugellager eingesetzt, sowie auch unsere IGLIDUR Gleitlager in der Schwenkbewegung. Eine große Herausforderung für diese Anwendung ist die Lage, denn diese befindet sich außerhalb des Fahrzeugs und ist im permanenten Kontakt zu Wasser und Schmutz. Da spielen unsere Kunststoffkugellager ihre Vorteile aus, denn diese sind korrosionsbeständig und benötigen keinerlei externe Schmierung, was bedeutet, wir haben die gleichbleibende hohe Performance über die Lebensdauer des Systems. Zudem werden relativ kleine Aktoriken verbaut, welche wiederum die optimalen Reibwerte benötigen. Auch hier spielen unsere Kunststoffkugellager wie auch unsere reibungsarmen IGLIDUR Gleitlager-Materialien ihre Vorteile aus. Wir freuen uns, mit Ihnen über Ihren Kühlergrill und Ihre Anwendungen in diesem Zusammenhang zu sprechen. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017